Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanne, der einzig wahre Nachlese für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, beziehungsweise auch mal ganz zwischendurch, euer Herr Tanne. Ja, ich habe ja immer gesagt, wenn es etwas gibt, worüber man mal ein paar Worte verlieren sollte, verlieren müsste, eigentlich klassisch verlieren muss, oder nach dem heutigen Tag, dann tue ich dies natürlich. Und ja, dieser Tag, was ist passiert? Es gab ein Statement von der Tenor Holding. Ich habe das im Laufe des Tages zugespielt bekommen, da war es aber noch nirgendwo in der Presse veröffentlicht. Also, Banco, vielen Dank, aber du machst mir Angst mit deinen Quellen. Und gut, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es war noch nirgendwo anders veröffentlicht und ich wusste wirklich nicht, ist es ein Fake oder ist es echt? Es hätte beides durchaus sein können. Also habe ich mir gedacht, gut, was machst du? Ich habe Lars Windhorst eine WhatsApp geschrieben und der hat mir innerhalb einer Minute geantwortet. Ich habe gefragt, habe das reingepostet bei ihm, habe gesagt, ist das echt? Und seine Antwort innerhalb von einer Minute war, ja, okay. Also, so viel mal zu den Möglichkeiten der Kommunikation mit Lars Windhorst. Also, wenn ich ihm was schreibe, kriege ich innerhalb kürzester Zeit eine Antwort. Manchmal noch in derselben Minute. Ich weiß nicht, warum das vielleicht andere nicht so ganz hinkriegen. Aber okay, wir kommen zu den ganzen Kommunikationsproblemen noch ein wenig später. Ich will mal ganz kurz dieses Statement der Tenhor Holding vorlesen. Nach reiflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenhor Group und Hertha BSC geben wird. Alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein haben uns gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Alle Entscheidungen der vergangenen drei Monate wurden mit Tenhor als Mehrheitsgesellschafter weder besprochen noch abgestimmt. Wie früher haben wir über die Medien oder zeitgleich mit der Presse davon erfahren. Unsere Bereitschaft, Hertha BSC beim Aufbau weiter finanziell zu unterstützen, wurde abgelehnt. Präsident Kai Bernstein ist erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert. Dies zeigt auch der aktuelle Fall der Debatte über eine angebliche Beauftragung der israelischen Agentur durch Tenhor. Statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Verurteilungen anzuschließen. Vielmehr hat der Präsident in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den Break mit Tenor und Lars Windhorst benannt. Unter diesen Voraussetzungen ist eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC ausgeschlossen. Unsere wirtschaftlichen, aber auch die sportlichen Ziele sind so nicht zu erreichen und damit ist die wesentliche Grundlage unseres Engagements für Hertha BSC zerstört. Deshalb beenden wir unser Engagement bei Hertha BSC und bieten dem Verein offiziell an, unsere Mehrheitsanteile in Höhe von 64,7% zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen. So, soviel also zu der Meldung in ihrer ganzen Länge. Sie wurde ja teilweise verkürzt, logischerweise dargestellt in verschiedenen Medien. Also das ist der gesamte Wortlaut. Nun kam am Abend, wie ich gesehen habe, über eine E-Mail an die Mitglieder von Hertha BSC noch eine Mail von Hertha mit einer Stellungnahme zu dieser Stellungnahme. Ja, da werden dann ein paar Sachen dementiert. So war das nicht. Das war anders. Ja, also ich sage mal Folgendes. Hertha hat natürlich nicht immer Unrecht in allem. Genau so wenig wie die Tenner-Gruppe und Lars Windhorst überall immer nur Unrecht haben. Ich denke, da liegt die Wahrheit oft in der Mitte. Wir waren nicht dabei. Hat es ein Gespräch gegeben? Wenn ja, wie war es? Es kann ja sein, dass es ein Gespräch gab. Das hieß, ja, nee, also weitere Investitionen von dir wollen wir nicht. Was auch immer, ich war nicht bei, kann ich nichts zu sagen. Was ich nur wirklich finde nach dem heutigen Tag, und zwar sowohl nach der ersten Mitteilung von Lars Windhorst und dann der Gegendarstellung, wenn man so will, seitens des Vereins, seitens des Präsidiums, dann fallen mir ganz, ganz fürchterliche Parallelen auf zu der Zeit, wo Werner Gegenbauer noch Präsident war. Denn auch dort gab es ja keine fruchtbare Kommunikation zwischen dem Verein, zwischen den Verantwortlichen und Lars Windhorst. Das hat er ja auch sehr oft und sehr häufig kritisiert. Wir in der Fanszene haben aus verschiedensten Gründen auch Herrn Gegenbauer kritisiert. Unter anderem eben auch, wie es denn sein kann, dass man a. 374 Millionen nimmt, b. 374 Millionen verbrennt und c. dann womöglich den Investor nicht mal mit dem Hintern anguckt. Das haben viele von uns zu Recht nicht verstanden. Und deswegen waren wir ja alle froh, dass Gegenbauer dann irgendwann, dass die Ära Gegenbauer zu Ende war. So, und nun ging es halt eben ja darum, es sollte ein Neuanfang her. Und Kai Bernstein stand ja auch immer wirklich für einen Neuanfang, ja, in allen möglichen Bereichen. Und ich habe ja vor den Wahlen gesagt, das hatte ich unter anderem ja auch gesagt, als ich ein Video zu dem Wahlprogramm von Kai Bernstein veröffentlicht habe und dann auch danach habe ich das auch oft betont, es gibt verschiedene Punkte, die im Verein verändert und verbessert werden müssen, ja. Das ist überhaupt gar keine Frage. Was ich z.B. auch sehr schön finde, dass Kai Bernstein dafür gesorgt hat, dass innerhalb des Vereins eine gewisse Ruhe und Befriedung da ist, dass die Leute an der Geschäftsstelle vielleicht jetzt auch alle ein bisschen besser miteinander können. Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, aber zumindest wird es so kolportiert. Wenn es denn so ist, wunderbar, ja. Das soweit alles ganz okay, ja, freue ich mich. Ich habe aber damals auch immer gesagt, okay, das ist alles schön, was man sonst noch so nebenbei machen kann, ja, ob das jetzt Nachhaltigkeitstage sind oder ob es Touren mit dem Fahrrad zum Stadion sind, ja, kann man machen, wenn man Spaß dran hat und kein Auto hat, alles klar. Aber ich habe damals schon ganz deutlich in den Fokus gestellt, was für Hertha BSC und die Zukunft unserer Hertha ganz, ganz von entscheidender Bedeutung ist. Und das nicht nur jetzt nach Corona, sondern ganz generell, weil sonst hätten wir ja nicht immer Transfer plus erwirtschaften müssen. Das ist die Frage Geld, das ist die Frage Finanzen, das ist die Frage Sponsoren und Investoren. Da habe ich einen sehr, sehr großen Fokus drauf gelegt. Das war beim neuen Präsidium, ja, das war so ein bisschen wischiwaschi. Ich kann das jetzt nicht so genau sagen, so richtig klar zu einem wirklichen Neuanfang mit Lars Winters hat man sich da eigentlich nicht bekannt. Und bitte, jetzt schon mal vorab an alle, die mir wieder unterstellen, ja, dass ich jetzt immer nur gegen Kai Bernstein schieße, weil ich es immer noch nicht verbunden hätte, nicht Präsident geworden zu sein. Liebe Freunde, ja, von mir aus hätten Ernie und Bert, ja, als Doppelspitze Präsident werden können, ja, wenn sie Mitglied gewesen wären und auf der Versammlung die meiste Stimmen gekriegt. Da ist mir sowas von Schnurz. Mir geht es nicht um die Person Kai Bernstein. Mir geht es um die Programmatik. Mir geht es um das, was das Präsidium macht. Und zum Zweiten sei euch auch nochmal gesagt, ich greife hier gar nicht eine Person an, denn das ganze Präsidium entscheidet ja. So, und ein Präsidium kann auch gegen einen Präsidenten im Übrigen entscheiden, denn wenn die Mehrheit, ja, also oder bei Stimmen, bei Gleichstand ist klar, da entscheidet die Stimme des Präsidenten logisch. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber wenn ein Gleichstand im Präsidium herrscht, nee, Quatsch, wenn Gleichstand entscheidet der Präsident, wenn kein Gleichstand herrscht, wenn also die Mehrheit im Präsidium eine Meinung vertritt, die beispielsweise der Präsident nicht vertritt, dann wird das trotzdem gemacht. Da gibt es also keine endgültige Richtlinienkompetenz des Präsidenten, ja, nur bei Gleichstand. So, und ich habe immer gedacht, früher unter Gegenbauern, da hat es ja nun wirklich enorm gehapert, ja, was die Kommunikation zwischen Präsidium und Investor anging, da habe ich immer gedacht, na gut, vielleicht sehen die anderen im Präsidium das anders, die haben einfach alle irgendwie nur Schiss vor Gegenbauer, ja, weil, dass der dann da austickt, aufbrausend wird und weiß ich nicht, keine Ahnung, was alles macht, ja. Aber vielleicht habe ich das falsch eingeschätzt. So war es dann womöglich offenbar ja nicht, denn ich sage mal, Kai Bernstein ist doch ein netter, sympathischer Typ. Ich glaube nicht, dass man da vor dem Angst haben muss. Also von daher, Angst kann es nicht sein. Was ist es dann? Denn, ich meine, es ist ja nicht nur Kai Bernstein, der die Entscheidung trägt, sondern die anderen Mitglieder im Präsidium tragen sie ja genauso. Und sollten sie Dinge anders sehen, so wie ich es damals zum Beispiel formuliert habe, was für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei einem Neuanfang mit einem neuen Präsidium gewesen wäre, wäre praktisch nochmal mit Lars Windhorst bei Null anzufangen, ja. Das alles nochmal auf ganz, ganz andere Füße zu stellen, eine ganz andere Kommunikation zu pflegen, ihn also auch ordentlich, ja, und vernünftig zu behandeln. Und das hat ja jetzt nichts damit zu tun, das zu machen, was Herr Windhorst sagt. Völliger Quatsch, was der Investor sagt. Ist aber wichtig, dass man sich mit ihm absprechen kann und dass man dann halt eben sagen kann, na gut, wir teilen, ja, gemeinsame Visionen für die Zukunft. Und aus diesem Grunde lassen wir dich eben daran auch mit teilhaben. Ja, klar, die Entscheidungshoheit liegt bei uns, logisch, aber wir lassen dich mit teilhaben und wir wollen gemeinsam mit dir, ja, diesen Weg gehen, diese Vision vielleicht eines Tages zu verwirklichen. Und das war mein größter Ansatz damals, dass ich gesagt habe, wir brauchen, wir brauchen definitiv noch weiteres Geld. Und, ja, und ich sage mal, wenn man es vernünftig angegangen wäre, ja, dann wäre es mit Sicherheit, da bin ich fest von überzeugt, ja, auch möglich gewesen, dieses Verhältnis nochmal völlig neu zu begründen und zu sagen, komm, wir fangen nochmal bei null an, das lief alles ein bisschen schlecht mit dem vorhergehenden Präsidenten, warum auch immer, manchmal sind es ja auch einfach nur persönliche Eitelkeiten, da können sich zwei Menschen einfach vielleicht irgendwie nicht so richtig abmerken, das nicht im ersten Moment, sondern erst im zweiten, wenn es dann schon zu spät ist, ja, also bitte, ja. So, und dann hätte man das tun können und dann bin ich mir sicher, dann hätte auch ein Lars Windhorst auch nochmal Geld in den Verein gegeben und nicht wenig, da bin ich 100% von überzeugt, ja, weil es ist doch klar, das muss man doch so sehen, das ist doch so ähnlich wie an der Börse, du kaufst eine Aktie zu 100 Euro, jetzt passieren ganz schlimme Dinge in der Firma, ja, dann sinkt die auf 50 Euro, du bist aber weiter davon überzeugt, dass à la longue diese Firma gut wirtschaften wird und du dann auch mit deinem Engagement in Aktien Geld verdienen wirst, dann kaufst du zu 50 eben nach, ja, dann verminderst du eben den Einkaufspreis, ja, so, dann wenn du dieselbe Stückzahl nochmal zu 50 kaufst, dann hast du eben nicht zu 100, sondern zu 75 gekauft, ja, dann hast du schon mal ein bisschen den vermindert, den Einkaufspreis, so, und das Gleiche, ja, das ist doch logisch, in der gleichen Situation ist da auch ein Lars Windhorst, ja, der sagt sich auch, na klar, weiß ich, dass die Sache jetzt den Wert von damals nicht hat, wobei zu dem Wert kommen wir sowieso noch, ich habe das nie, ich habe das nie verstanden, wie diese 374 Millionen für diese rund 64% zustande kamen, also, ich bin der Meinung, da hat, ja, vielleicht Dank an Ingo Schiller, ja, also, ich weiß nicht, wer diese Bewertung vorgenommen hat, also, ich hätte damals den Wert von den 64% auf maximal 200 Millionen geschätzt, ja, so mal, grob, ja, so, und wenn da damals 200 Millionen waren, worüber reden wir denn da heute, ja, was das heute eventuell wert ist, ja, so, und das wäre ein richtiger Weg gewesen, für den stand ich ja auch, das habe ich auch ganz klar gesagt, dass das wäre auch das gewesen, worum ich mich hauptsächlich gekümmert hätte, weil es für mich das Wichtigste ist, ja, es ist alles schön, was wir machen, wir können alles tolle, nette Sachen machen, es ist alles prima, dafür wird man uns sicher auch mögen und alles, alles schick, kriegen wir vielleicht auch mal einen Blumenstrauß geschickt, aber, äh, was wir brauchen, ist Geld und es kann ja nicht sein, dass wir ständig immer nur Transferüberschüsse erwirtschaften müssen, ja, dann, was haben wir dann irgendwann für eine Mannschaft, ja, na klar, sicher gibt es jetzt so die Leute, die sagen, oh, hauptsache kein Investor, ist doch egal alles und wir brauchen kein Geld, ja, gut, okay, äh, vielleicht spielen wir dann irgendwann im Poststadion oder weiß ich nicht, oder wollen wir bei Wiese, ja, äh, Bratwurst für, für, für einen Euro, ja, ein Bier für 1,50, ja, und dann klatschen wir uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, ach Mensch, wir Herthaner, wir sind toll, ja, aber ganz ehrlich, das ist nicht so die Zukunft, die ich mir für meinen Verein wünsche, ja, und hier an dieser Stelle auch nochmal, wenn ich Kritik übe, ja, das ist, das ist nicht personenbezogen, sondern wenn ich Kritik übe, übe ich Kritik an, an Dingen, die mir nicht gefallen, weil ich glaube, dass sie Hertha schaden, ja, so, und, äh, und nur, weil ich nun meine Hertha liebe und nicht möchte, dass meine Hertha geschadet wird, deswegen spreche ich kritische Dinge an, ja, also kommt bitte alle diejenigen, die mir da immer wieder unterstellen, ich würde immer nur, äh, Unfrieden sehen und spalten, das ist vollkommen bescheuert, ja, wer Hertha liebt, muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und muss auch die Dinge beim Namen nennen, wie sie sind, ja, das ist doch der Punkt, so, ja, und wie gesagt, und die Parallelen von damals, äh, Windhorst zu jetzt, muss ich, der, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die sind mir einfach zu ähnlich, ja, da wird was gesagt, da wird was dementiert, so, dann, dann, dann werden Sachen wieder eigentlich nur über die Presse teilweise ausgefochten, da wird irgendwie in die Presse wieder irgendeine Indiskretion, äh, äh, reingehauen, das hat ja, äh, Kai Bernstein auch, äh, letztens selber auch geschrieben, dass er das auch nicht gut fand, dass er da den Gräuel von Herrn Windhorst verstehen kann, und, 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 ja, so, und, ähm, ja, und die ganze Sache, die ist ja im Prinzip jetzt, äh, ja, eskaliert, äh, durch diese, ähm, vermeintliche Spionage, ja, Affäre, sag ich mal, ja, Watergate, ja, Watergate 2.0, so, okay, wir alle, äh, ich auch nicht, ähm, wir alle, äh, wissen nicht, was an dieser ganzen Geschichte dran ist und was nicht, so. Was ich nur weiß, ist, dass in der Vergangenheit es sehr, sehr oft, äh, ja, Probleme, sag ich mal in Anführungsstrichen, gab, Thema Windhorst, ja, da hieß es, Tenor Group ist, äh, insolvent, und dies, und das, und jenes ist passiert, und das, äh, könnte passieren, und das ist ganz schlimm, und muss Herr Windhorst ins Gefängnis, also, tausend Sachen, so. Nichts davon ist passiert, ja, weder ist Tenor insolvent, noch sitzt Herr Windhorst im Gefängnis, und so weiter, und so fort. Das heißt, also, es ist sehr, sehr viele Gossips da, sehr, sehr viele Sachen, irgendwelche Gerüchte, ja, am Ende, am Ende war da, war da nie irgendwas dran, ja, also, sorry, also, und solange es, solange es keine, keine stichhaltigen Beweise gibt, dann mal, gilt denn bei uns nicht mehr, die, oder zumindest bei Hertha, ja, nicht die Unschuldsvermutung, also, für mich gilt die generell, ja, überall, für jeden Menschen, ja, solange eine Schuld nicht bewiesen ist, ist ja für mich unschuldig, ja, und da sage ich jetzt auch mal, so, wie dann dort praktisch, äh, Krisenmanagement-mäßig damit umgegangen wird, äh, das gefällt mir auch nicht, ja, sondern, ähm, ich meine, nochmal zum Thema, ja, äh, weiß ich, was, was immer alles so in der Presse steht, ist doch klar, äh, das ist ein Mann, der handelt mit Hunderten von Millionen, ja, oder vielleicht auch mit Milliarden, so, ähm, das ist so ähnlich, ja, wenn, ist doch klar, wenn wir mal eine Mahnung kriegen, ja, weil wir eine Vodafone-Rechnung über 29,90 nicht bezahlt haben, ja, okay, dann kriegen wir eine Mahnung, ja, so, okay, in den Größenordnungen von Lars Winters, ja, der kriegt dann eben vielleicht mal eine Mahnung, weil er, äh, 50 Millionen, äh, nicht, äh, fristgerecht irgendwo hinüberwiesen hat, oder, 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 also, man muss ja da mal die Unterschiede in den Dimensionen mal sehen, ja, also, und von daher, das, das, das sind doch Dinge, man hat doch täglich zu tun, ja, mit sowas, wenn man, wenn man in dieser Größenordnung wirtschaftet und arbeitet, ja, dann ist es klar, da, da geht's doch immer um ganz andere Beträge, da geht's um ganz andere, äh, Geschichten, und ich sag mal so, das war doch auch klar, äh, Hertha hat ja nun Herrn, Herrn Winters an Bord geholt, ja, sie haben ihn ja gelockt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir können doch heilfroh sein, dass einer, der ein bisschen zu viel Geld auf dem Konto hat, keine wirkliche Ahnung von Fußball hat, dass der sich ausgerechnet Hertha BSC, ja, äh, ausgesucht hat und gesagt hat, Mensch, wie auch immer, den Verein finde ich gut, da will ich, äh, äh, dass der irgendwie weiter nach oben kommt, und da hau ich jetzt mal einen raus und hau da 300, ja, in Worten, ja, 374 Millionen rein, ja, so, also, also, da können wir, und ich sage euch, äh, gerade auch unter Thema Corona und ähnliches, ohne dieses Geld, was wir, ja, leider offenbar komplett verbrannt haben, ne, so richtig irgendwie, also, wo, ein bisschen wurde ja was ausgegeben für so Infrastruktur bei uns, aber der große Teil, ich weiß eigentlich bis heute auch noch nicht so ganz genau, wo das geblieben ist, aber okay, so, da können wir doch aber heilfroh sein, ja, dass wir dieses Geld hatten, zumindest haben wir es sicherlich natürlich auch eben genau dafür benutzt, ja, in dieser, gut durch diese, einigermaßen gut durch diese ganze Corona-Zeit zu kommen, ja, also, da muss man doch auch mal ganz klar sagen, Mensch, das ist doch eigentlich eine tolle Sache gewesen, ja, so, und jetzt nochmal zu diesem Punkt, den ich eben schon vorher angesprochen hatte, ähm, Umgang, ja, mit solchen ganzen Pressemeldungen und ähnliches, also, ich sage euch mal eins, und wie gesagt, ich verstehe es immer nicht, wenn ich, äh, äh, Lars, äh, wenn Thorsten eine WhatsApp-Schreibe, er antwortet in kürzester Zeit, ja, äh, weiß nicht, äh, warum antwortet er mir in kürzester Zeit, warum habe ich einen sehr direkten Draht zu ihm und das Präsidium des Vereins nicht so richtig, ja, verstehe ich, also, habe ich, habe ich auch Fragen zu, ne, äh, da, na, also, findet den Fehler, ja, so, okay, ähm, also, ich hätte, äh, nachdem da, äh, das in Financial Times stand und dann natürlich auch von den, von den deutschen Medien übernommen worden ist, ich hätte mich, äh, zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Lars Winters getroffen, ihm in die Augen geguckt und gesagt, so, mein lieber Freund, jetzt sage mir bitte ganz klar und deutlich, ist an der Sache etwas dran oder ist an der Sache nichts dran? Und wenn er mir in die Augen geguckt hätte und mir versprochen hätte, an der Sache ist nichts dran, dann hätte es, ein, dann hätte man ein vernünftiges Krisenmanagement machen können und machen müssen und nicht so mit an die Presse gehen, ja, und wir lassen das jetzt von der Anwaltsprakt, äh, Anwaltskanzlei äh, äh, überprüfen, weil wir sind ja auch nicht ganz sicher, sondern dann hätte man gesagt, okay, ja, äh, ein Mann, ein Wort, ähm, wir stehen da auch ganz klar, äh, dann weiter hinter dir, wir geben im Prinzip an die Presse nur raus, ja, äh, wir haben mit Herrn Winters gesprochen und er hat uns, äh, deutlich versichert, dass an den ganzen Gerüchten nichts dran ist, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln und, äh, dann ist das Thema für uns jetzt erstmal auch erledigt, ja, so hätte ich das gemacht, damit hätte ich auch schon mal, dann hättest du auch der Presse erstmal den Wind aus den Segeln genommen, ja, so, ähm, und dann hätte ich ihm aber auch ganz klar gesagt, mein lieber Freund, okay, sollte aber, ja, sollte es aber eines Tages rauskommen, früher oder später, dass du mich jetzt angelogen hast, dass an der ganzen Sache doch was dran war, dann ist zappenduster, dann ist die Sache mit uns aber absolut erledigt. Das wäre ja dann auch nicht nur verständlich von Seiten des Vereins, sondern es wäre auch folgerichtig, so weh es auch dann natürlich finanziell täte, aber sowas, klar, geht natürlich nicht, so, und das sage ich mal, das wäre Krisenmanagement gewesen, ja, äh, den Druck auch nach außen, ne, der von außen auf den Verein kommt abbauen, ja, und nicht noch zusätzlich befeuern, indem ich dahergehe und sage, ja, ja, wir haben ja, äh, äh, Anwaltskanzleien schon eingesetzt, die werden das jetzt alles recherchieren, ob da was dran ist, also, das impliziert ja eigentlich schon, ja, wir glauben da, wir glauben ziemlich sicher, dass da was dran ist, ne, jetzt lassen wir es nur nochmal irgendwie von der Anwaltskanzlei überprüfen, ja, also das klingt nicht danach Unschuldsvermutung, ich glaube dir, mein Geschäftspartner, und sollte sich, sollte sich irgendwann was anderes rausstellen, okay, dann bist du fällig, ja, so, das wäre Krisenmanagement, also, in dieser Causa, äh, Jerusalem, ne, Quatsch, ich weiß nicht, wo sitzt Tel Aviv, sitzt die, sitzt die Kanzlei da, ne, diese, 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 äh, Geheimdienstbude da, ja, also in Israel jedenfalls, so, in dieser Causa, Geheimdienst, Israel, ähm, ist einfach von, vom ganzen Verein ein ganz schlechtes Krisenmanagement betrieben worden, und die Kritik richtet sich da nicht nur an Kai Bernstein, sondern an alle anderen Mitglieder, ähm, des Präsidiums ganz genauso, ne, wie gesagt, wenn man da das anders hätte machen wollen, hätte man es ja anders machen können, ne, notfalls kann man auch einen Präsidenten überstimmen, aber auch das scheint ja nicht zu sein, alle sind sich hier offenbar genauso einig, äh, wie sie sich, äh, vorher unter Gegenbauer alle einig waren. Und das muss ich sagen, das finde ich, äh, ja, das finde ich, äh, bedenklich, das finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich, und das stimmt mich nicht froh für die Zukunft. Ja, so, und jetzt nochmal, äh, abschließend zum Thema, äh, Windhorst bietet, äh, die Anteile härter zum Rückkauf, äh, gut, das ist natürlich so just saying, das ist natürlich Blödsinn, ne, also, das weiß Windhorst auch, dass, äh, äh, wie auch immer man sie jetzt wieder neu bewertet, ja, äh, die Anteile mit Sicherheit, die den Wert von damals nicht mehr werden haben können, erstens, und zweitens, selbst wenn sie einen geringeren Wert hätten, weiß er, Hertha hatte eh kein Geld, also, Hertha kann die auch gar nicht zurückkaufen, ist albern, ja, also, wenn ich, äh, so geschrieben habe, Windhorst weg, dann heißt das Windhorst weg, im Sinne von, äh, da ist vielleicht das nicht mehr Vereinsmitglied, wenn, sollte man ihn rausschmeißen, was ich jetzt dann auch nicht so nachvollziehen könnte, es gibt ja keinen wirklichen, tatsächlichen Grund, ne, es gibt ja nirgendswofür irgendwas einen Beweis, dass irgendwas, dass er sich vereinsschädigend verhalten hat, ja, ähm, also von daher, äh, ist es einfach so, dass, dass, das, äh, das ist doch ganz klar, die Anteile, das wäre ja so, als wenn du jetzt, äh, einem Obdachlosen, äh, dein, dein Ferrari und deine Richard-Mill-Uhr, ja, zum Kauf anbietest, ja, dann guckt der dich an und sagt, du, mein lieber Freund, ja, ich kann mir nicht mal ein Frappuccino bei Starbucks leisten, ja, das ist natürlich völliger Quatsch, so, also, das wird, das heißt also, ist, ja, es müsste ein Investor gefunden werden, der zu einem einigermaßen vernünftigen Preis, äh, Lars Windhorst mit Zustimmung von Hertha diese Anteile abkommt, ja, wer soll denn das sein, wer soll denn das sein, wer investiert denn in der heutigen Zeit noch, ja, meine, gut, ja, vielleicht ein Scheich irgendwo, aber ganz ehrlich, was, soll ich irgendwas sagen, der Scheich macht das nicht, der Scheich wird wahrscheinlich schon länger Erfahrung mit Fußball haben, der würde sowieso nicht investieren, solange 50 plus 1 ist, ja, macht ja doch nicht, der ist doch nicht doof, ja, äh, weil, weil der kennt sich doch aus, der, der will auch einen Einfluss haben, ja, also deswegen sage ich ja, die Investition von Lars Windhorst, ja, einem, der eigentlich von Fußball keine rechte Ahnung hat, der, äh, investiert hat, ohne überhaupt, äh, ein Entscheidungsrecht zu haben, war gerade vor Corona ein Segen für uns und dafür nochmal auch von meiner Seite einen großen Dank und wenn man es geschafft hätte, sowohl unter der Ägide, äh, Gegenbauer, als auch unter der Ägide, äh, Bernstein, äh, wenn man das geschafft hätte, dort ein besseres, ein, 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 ein kollegialeres Verhältnis zum Investor aufzubauen, ja, ähm, wo es einfach auch mal kurze Kommunikationswege gibt, ja, 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 die kann man ja haben, merke ich ja an mir, ja, ich weiß nicht, warum es bei den anderen nicht funktioniert, keine Ahnung, ähm, und dann, äh, wirklich, äh, dort, äh, gemeinsam etwas aufbaut, dann wäre es möglich gewesen und 100% bin ich sicher, dann wäre auch noch deutlich mehr Geld geflossen, einfach weil man natürlich, äh, weil auch ich sauer aufgestoßen ist, äh, äh, ja, der Kragen platzt und dann sagt er, okay, dann kommt, macht, macht euren Mist jetzt alleine, ja, und nein, ich bin weder Partner von Windhorst, ich habe keine Anteile an der Tenor Holding, ich bin auch nicht angestellt und auch sonst, äh, nichts dergleichen, ja, also nicht, dass man mir jetzt nicht nur die Anti-Bernstein-Brille unterstellt, sondern auch noch die Pro-Windhorst-Brille, ich sage jetzt einfach nur ganz neutral von allem, was ich sehe und wie ich es bewerte, was ich eben persönlich darüber denke. Natürlich kann, darf und soll jeder auch eine andere Meinung haben, aber das ist nun mal meine und die veröffentliche ich halt jetzt auch hier. Ja, meine lieben Freunde, so, nun sage ich euch mal ganz ehrlich, ich sehe, äh, was das Finanzielle angeht, äh, für uns wirklich nunmehr keine gute Zukunft, denn Windhorst weg heißt nicht, die 374 Millionen, die bleiben ja sowieso da, die Anteile, denke ich, wird er auch kaum veräußern können zum jetzigen Zeitpunkt, das macht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, äh, keinen Sinn, es wird auch keinen geben, der auch nur ansatzweise bereit ist, so viel dafür zu bezahlen, das heißt, Windhorst bleibt also Hertha, da kann Hertha ihn rausschmeißen aus dem Verein oder auch nicht als Mitglied, der bleibt Hertha noch sehr lange erhalten, da bin ich ganz sicher, einfach weil da die Anteile nicht los wird. Und, äh, das Schlimme ist aber an der ganzen Geschichte, dass das, was ich mir auch vor den Wahlen versprochen habe, dass wir, äh, etwas hinkriegen, ein Verhältnis, äh, mit ihm, dass wir noch weitere Gelder von ihm bekommen, ja, vielleicht hätte man sogar Stadion gebaut, weiß man nicht, ja, weil jetzt will er ja offenbar irgendwo anderswo investieren, weil, war klar, bei uns nun nicht mehr. Das heißt, wir wissen heute schon, dass wir von Tenor und von Windhorst keinen einzigen Cent mehr in diesem Leben sehen werden, ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich am meisten sauer macht, beziehungsweise was mich am allermeisten traurig macht, was unsere Zukunft angeht. Da hat man wirklich, ja, da hat man eine riesengroße Chance vertan und, äh, Entscheidungen in einer Art und Weise getroffen, die dann letztlich jetzt hierzu geführt haben und irgendwann ist nun mal jedes Fass übergelaufen, was ich, äh, für, für aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für sehr, sehr schlimm sogar halte, ja, ja, man könnte also eigentlich sagen, ja, Hertha BSC, in dem Falle danke für gar nichts, ja, gut, meine Lieben Freunde, das ist meine Meinung, ich freue mich über eure zahlreichen Kommentare, sehr, sehr gerne und, äh, ja, dann, äh, wir hören uns wieder nach unserem Heimspiel am kommenden Sonntag und sehen uns natürlich auch, äh, gegen die Freiburger. In diesem Sinne ein, ganz ehrlich, an diesem Tag heute nicht ganz so fröhliches Hauhe.